Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 26. Oktober. Heute haben wir dabei Spotify, YouTube-Downloader, Amazon, Google und Samsung. Beginnen tun wir mit Spotify. Da gibt es eine Neuigkeit, man kann sich jetzt auch mit seinem Google-Konto bei Spotify anmelden bzw. auch in die App einloggen. Das haben eventuell noch nicht alle, es wurde halt auch wieder hier sporadisch verteilt, sollte aber vielleicht mittlerweile auch schon angekommen sein. Und ja, braucht man das? Ich weiß es nicht. Aber es gibt eventuell ein Problem, denn wenn ihr euch bei Spotify nicht mit eurer Google-Adresse angemeldet habt, dann könnt ihr es nicht benutzen. Sprich, wenn ihr dann euch mit Google anmeldet, wird ein neues Spotify-Konto erstellt. Das ist natürlich blöd. Wenn ihr noch nie bei Spotify seid, dann ist das Schnuppe. Ansonsten, es kann entsprechend also nicht zusammengefügt werden. Daher guckt mal, ob euch das was bringt oder auch nicht. Ja, und wenn wir schon beim Thema Musik sind. Die Recording Industry Association of America, die R-I-A-A. Die kennen vielleicht noch ein paar Leute, die sind früher immer gegen die Raubkopierer zu Felde gezogen. Und lange Zeit war es um die ruhig, denn wir streamen alle und es hat sich so groß und ganz der ganze Musik-Download-Markt auch legalisiert. Aber eben nicht so, denn es gibt ja YouTube-Downloader und unter anderem zum Beispiel YouTube-DL. Das ist ein quellenoffenes Projekt, wie man Inhalte von YouTube herunterladen und konvertieren kann. Sprich, viele nutzen das auch für die Musik. Und nun hat eben die R-I-A-A, der Plattform GitHub, auf der das Projekt gehostet wurde, eine Abmahnung zugestellt. Und die haben es jetzt erstmal blockiert und mal gucken, wie das weitergeht. Aber anscheinend sehen die das jetzt als Thema an und es gibt ja mehr als einen Downloader. Vielleicht ist das der nächste Kreuzzug der R-I-A-A. Ja, nächstes Thema. Amazon. Die starten heute am Montag, den 26. Oktober, schon ihre frühen Black Friday-Angebote. Der Black Friday an sich, also praktisch halt kein richtiger Feiertag, eher so ein Verkaufsevent-Tag aus Amerika. Der ist ja schon seit ein paar Jahren in Deutschland auch bekannt und wird oft für Promos benutzt. Und der ist am 27. November erst, also in einem Monat. Aber Amazon sagt sich, komm, wir weiten das aus und machen das ab heute, wie gesagt, bis zum 19. November. Und dann wahrscheinlich auch nochmal am 27. November. Naja, also guckt mal, ob ihr vielleicht bei Amazon ein paar Deals machen könnt. Vielleicht lohnt es sich ja. Google, die stehen ja nicht nur in der EU, sondern auch in Amerika unter Beschuss mit ihrer Marktmacht. Und das Justizministerium der Vereinigten Staaten von Amerika hat sich jetzt auch in letzter Zeit mal genauer die Verträge des Unternehmens angeschaut. Und unter anderem auch die Zusammenarbeit mit Apple. Denn es ist ja allgemein bekannt, dass Google Apple viel Geld zahlt, um die standardmäßige Suchmaschine auf Apple-Geräten zu sein. Früher auch, um beispielsweise auf den iPhones die Karten-App zu stellen. Aber man wusste nie, wie viel. Und jetzt ist es halt durch den Einblick in die Verträge bekannt geworden. Und Apple kassiert von Google zwischen 8 und 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Für das, dass sie entsprechend halt die Standard-Suchmaschine sind. Wenn man nun bedenkt, dass Apple pro Quartal zwischen 9 und 12 Milliarden US-Dollar Gewinne einfährt, dann ist praktisch ein Quartal Gewinn von Google. Also reife Leistung, sehr gut. Und die sind ja eigentlich sogar Konkurrenten. Also von daher hat Apple gut verhandelt. Google zahlt gut. Und schauen wir mal, wie sich das noch so weiterentwickelt. Und letztes Thema für heute ist kein positives Thema. Das ist eher eine traurige, schlechte Nachricht. Der Vorsitzende von Samsung ist mit 78 Jahren gestorben. Das war Lee Kun-hee. Und der ist der Sohn des Gründers von Samsung gewesen. Und in den 80er Jahren hat er dann angefangen, oder Ende der 80er glaube ich halt, Samsung zu dem zu entwickeln, was es heute ist. Vielleicht die Älteren werden sich noch erinnern, was Samsung früher halt auch für Elektro-Sachen produziert hat. Fernseher und Videorekorder und sowas. Also es war ein Standard-Anbieter. Und mittlerweile ist es ja, ja, man kann diskutieren, halt auch zumindest einer von den drei größten, sag ich mal, würde ich mal sagen, Mobilfunkgeräte-Anbietern. Und nicht nur das, die sind ja eigentlich überall drin. Naja, das haben wir ja alle dem Kollegen Lee Kun-hee zu verdanken. Und der hatte halt bereits 2014 wohl einen Schlaganfall, beziehungsweise eine Herzattacke. Und ist seitdem halt auch im Krankenhaus wohl geblieben. Und jetzt ist er leider halt gestorben. Er hinterlässt 20 Milliarden US-Dollar und war der reichste Südkoreaner. Also er hat eine Frau, vier Kinder. Und ja, das zum Ende dieser Sendung. Auch mit dieser schlechten Nachricht wünsche ich euch einen extrem guten Start in die neue Woche. Habt einen großartigen Montag. Bleibt positiv und bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.